So und der nächste bitte. Hallo Günther. Hallo. Dein Beruf bitte. Vielen Dank Günther und für unsere Zuschauer. Günther ist Elefantenpfleger. Und die erste Frage bitte. Arbeitest du drin im Haus? Nein. Also du arbeitest draußen? Ja. Arbeitest du alleine? Ja. Ja Günther arbeitet alleine. Arbeitest du auf dem Bauch? Nein. Du arbeitest alleine. Also du hast keine Kollegen? Nein. Aber vielleicht arbeitest du mit Tieren? Ja. Arbeitest du mit großen Tieren? Ja. Arbeitest du auf einem Bauernhof? Nein. Arbeitest du in einem Zoo? Ja. Mit großen Tieren? Arbeitest du mit Elefanten? Ja. Bist du vielleicht Elefantenpfleger? Ja. Wunderbar. Günther ist also Elefantenpfleger. Zeig uns doch noch bitte mal wie das geht. Der Rööööö. Das war der Elefant. Also wenn ich die Elefanten wasche, dann nehme ich einen langen Besen und schubbe sie ab. Vielen Dank, Günther. Der Nächste, bitte. Hallo, Julia. Und dein Beruf, bitte. Vielen Dank, Julia. Für unsere Zuschauer, Julia ist... Nee, ich muss gehen. Straßenbahnfahrer. Bis morgen, Berki. Tschüss, bis morgen, Andreas. Julia, arbeitest du in einer Fabrik? Nein. Arbeitest du an einer Maschine? Nein. Nein, Julia arbeitet nicht an einer Maschine. Überlegt mal. Julia, zeig uns doch noch mal die Geste, bitte. Pssst. 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 Andreas? Möchtest du mal mit... Auf den Bau? Ja. Aber du hast nie Zeit. Morgen habe ich Zeit. Ne? Willst du mitkommen? Ja. Kann Berki auch mitkommen? Ja, gut. Berki kann auch mit. Ich rufe Berki schnell an. Toll. Toll. Dann fangen wir doch hier mit den 15er an, weil der WD 60, der ist noch nicht da. Und bis der dann kommt, mach mal weiter. Hallo, Andreas. Hallo, Berki. Hallo, Papa. Hallo, immer noch. So, als erstes braucht ihr Schutzhelme. Ohne die darf niemand auf die Baustelle. Herr Bruckmann, haben Sie die Helme? Jawohl, Herr Müller. Ja. Danke. So. Los geht's. Bis später. Los. Ja,走. Los. 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 Ich habe dir mal gesehen, was es alles zu beachten gibt auf dem Bau, damit nicht hinterher eine Tür fehlt. Herr Müller, Herr Müller, können wir noch über den Bauabschluss im Spiel sprechen? Frau Wolf, das ist mein Sohn Andreas und das ist sein Freund Berki. Frau Wolf ist die Architektin. Hallo, na, gefällt euch unser Bau? Oh ja. Und, willst du auch einmal Bauleiter wählen wie dein Vater? Ja. Na, fein. Aber dann musst du auch deine Matheaufgaben machen. Na, Papa. Ein Rad, zwei Räder, drei Räder, vier. Komm mit, komm mit, jetzt fahren wir. Ich heiße Anna. Ich heiße Schmidt. Der Hund heißt Bautka und fährt auch mit. Vor dich, Kinder, wartet halt. Tschüss für heute und tschüss bis bald. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020